So, warte jetzt nochmal, also die Strafe war, er muss so'n Deckel, halb Listerine, richtig geile Zeug, war der günstige von Lidl übrigens, mit halb Bier, so'n kleinen Deckel muss er saufen. Also richtig saufen. Mein schmeckt das gut. Dazu muss er, mach mal die Geste noch dazu, neben Tybi, alter. Das soll er noch machen. Der hat auch schon'n Schluck gekriegt, alter. So sieht er auf jeden Fall aus, alter. Wahrscheinlich setzt ihm der Arzt gerade einen Schuss Listerine, alter. So, da ist der berühmte Becher. Noch mal angucken. Dann wollen wir mal die Visage noch dazu sehen, wie's schmeckt. Warte, war schön, ich gekannt zwar, Marc. So, Geste sagst du, ne? Daumen hoch. Hopp, hopp, rirr den Kopf. Soll ich noch spülen, oder? Schlangen schnacken. Korn in den Nacken, alter. Wie heißt der Drink, sag nochmal, wie haben wir ihn getauft? Äh, der Drink heißt Kümmeltür. Nur endlich, bei der Bundeswehr. Korn in den Nacken. Sen finde ich nur untere. 進